Guten Morgen, liebe Leute! Ja, wir hatten heute schon mal einen schönen Start in den Tag. Wir wurden nämlich von unserem Nachbarn zum Kaffee eingeladen oder zum Frühstück. Und der hat uns dann einmal durchs ganze Haus geführt, hat uns seinen ganzen Garten gezeigt. Und wir durften sogar etwas mitnehmen, ich zeige euch das mal. Er hat uns eine Pampelmuse geschenkt. Und ich habe den Namen jetzt schon wieder vergessen, aber die haben wir auch auf den Seychellen gesehen. Und ich glaube, da hießen die Red Apples. Die ist hier gerade von unserem Baum runtergefallen, kann man dann essen. Und an unserem Baum wachsen auch, wie heißen sie jetzt, Maracujas. Ganz cool. Und Chris ist jetzt auf dem Dach und ich reiche ihm jetzt gleich dieses Ding, womit wir die Mangos besser pflücken können. Das hat uns auch unser Nachbar gegeben. Das hat uns auch unser Nachbar gegeben. Und das ist unsere Gesamtausbeute. Also außer Ananas, Kokosnuss und der Papaya ist alles selbst gepflückt hier aus den umliegenden Gärten. Genau. Das Schätzchen ist ganz schön schwer, war auch ein bisschen teuer, aber man gönnt sich ja sonst nichts. Und Kokosnuss und Ananas ist super günstig hier. Ja. Ja, der Rest? Alles selbst gepflückt. Der Berg hier hinter uns heißt Pieterboot und ist eines der Wahrzeichen Mauritius. Und man kommt dort aber nur mit Guide, Bergsteigererfahrung und Ausrüstung hoch. Und deswegen werden wir hier unten bleiben und uns das von unten anschauen mit ein klein wenig Hilfe. Vielleicht warten wir aber noch einen Moment, weil so wie bei fast allen Aktivitäten in den letzten Tagen, die wir so machen wollten, fängt es immer an zu regnen, wenn wir gerade ankommen. Wir waren heute im Botanischen Garten. Als wir da waren, fing es an, in Strömen zu regnen. Wir wollten gerade Jeremy Pascal steigen lassen und es fängt an zu nieseln. Wir haben ein bisschen Pech mit dem Wetter hier. Wo waren wir gestern? Da hat es doch auch irgendwie angefangen zu regnen. Ja, weiß ich nicht mehr. Weiß ich auch nicht mehr. Ja, wir haben hier echt ein bisschen Pech mit dem Wetter, müssen wir echt zugeben, leider. Und Blick in den Wetterbericht. Das ist jetzt auch nicht so viel versprechen. Und der Regen wird doller. Wir setzen uns nochmal kurz ins Auto und... Wir fahren mal weg, dann hört es auf. Nein, wir warten diesmal einfach kurz, bis es aufhört, weil da hinten sieht es schon ein bisschen freundlicher aus. Es ist soweit. Wir sind wieder unterwegs. Und ich habe was verloren. Nochmal. Ja, es ist soweit. Wir sind wieder unterwegs. Genau. Heute geht es zum Siebenkaskadenwasserfall oder zu den Tamarindfällen oder Forts. Und wie der Name schon sagt, besteht dieser Flussabschnitt hier aus sieben Wasserfällen. Einer schöner als der andere. Und das wird bestimmt geil. Und wir versuchen das heute mal auf eigene Faust zu machen. Vorne warten schon Guides auf den Parkplätzen und versuchen, sich aufzuschwatzen. Aber wir hatten heute keinen Bock auf einen Guide. Es ist bestimmt empfehlenswert, aber wir wollen das einfach mal alleine machen. Genau, also falls das hier unser letztes Video ist, was dann von irgendwelchen Rettungskräften gefunden wird, äh, nimmt lieber einen Guide. Übrigens, äh, ich bin heute extrem modisch unterwegs. In Badehose und Wanderschuhen. Der Hammer. Zieh mal deine Socken noch etwas höher, bitte. So beschissen sah ich schon lange nicht mehr aus. Sagt er. Schnauze. Jeder Schritt muss hier gut überlegt sein, denn es ist wirklich glitschig hier. Also passt gut auf, wenn ihr hier lang lauft. Jetzt kommt die Noe. Amen. 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 Also für den ersten Abschnitt, um an den ersten Wasserfall, also den höchsten zu kommen, braucht man keinen Guide. Es ist zwar glitschig, aber man kommt auch ohne Guide klar. Und wir waren in fünf Minuten hier. Genau. Und ich glaube nicht, dass wir noch weiter laufen müssen, weil hier oben ist es am spektakulärsten. Wir haben mit der Drohne hier schon richtig geile Aufnahmen gemacht. Und wir werden auch nicht weiter runterlaufen. Uns reicht das hier oben eigentlich schon. Wir sind so ein paar Nettomadels vorbeigekommen und ich wurde erst mal auf ein Bier eingeladen. Prost! Chris darf ja nicht trinken, weil er fahren muss. Und noch was zu essen wurden wir auch noch eingeladen. Chris freut sich. Wenn du willst, lass mich wissen. Sorry? Wenn du willst, lass mich wissen. Danke. Wir hatten eine geile Zeit oben am Wasserfall in dem Becken. Und jetzt geht es erst mal wieder zurück. Genau. Und ja, ich glaube man braucht für den weiteren Weg doch einen Guide, weil das sah dann schon sehr steil aus. Und uns haben sogar auch Einheimische gewarnt, dass es sehr gefährlich ist, weil es nass ist, feucht ist und gritschig ist. Ja. Aber wem es reicht, nur bis zum obersten Wasserfall zu kommen, den können wir empfehlen. Da kann man alleine hinlaufen. Da wir die letzten Male so viel Pech mit dem Wetter hatten und ja, wenn es mal blauer Himmel am Start ist, dachten wir uns, wir fahren nochmal zum Pieter Boot und machen einfach schöne Aufnahmen mit unserem Jeremy Pascal. Da wir so etwas tritten. Da ihr sagt, wögel ich mit dem Wetter. Da hacern dich ein Fortschritt. Da kann man散b Bizet am Start. Da wir das aufnehmen. Da wir noch eine weitere Wettergebeattrungen haben. Und da kann man keine Wetterfragen nehmen. Das ist eine neue Pfade überwärtige Wetterbeinder machen, bis zumżenie hinzu. Aber wir werden die Wetterräum machen, was das nicht kriterisch. Und da heißt, wir werden sie ja immer mehr이스. Das ist layersige Wetterfragen. Und da ist das Lebensgefahren. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020